Ralf Meister Vorwort zu Komm rüber Sieben Wochen ohne Alleingänge Dem diesjährigen Fastenbuch 3.491 E-Mois stehen uns laut Statistik auf unseren Smartphones zur Verfügung. Wahrscheinlich sind es inzwischen schon wieder mehr geworden. Ich bin froh, dass zu den am häufigsten Genutzten immer noch das tränenlachende Gesicht und das Herz zählen. Zuneigung und Verständigung. Nähe und Verbundenheit sind noch nicht aus der Welt verschwunden, die unter Terror und Krieg leidet. Alles, was uns daran erinnert, dass wir zum Miteinander gerufen sind, ist gut. Denn wir leben in der Resonanz. Wir brauchen den Blick, das Ohr, die Hand und das Herz der anderen. Wir sterben den Tod der Einsamkeit, wenn niemand uns ansieht. Wir verirren ohne die Weisungen anderer. Wir brauchen das Geschenk des Herzens. Wir müssen uns inspirieren lassen von den Gedanken anderer Menschen, von der Kraft und Willensstärke anderer, um gemeinsam einzutreten für eine friedliche, lebenswerte Welt. Komm rüber, ruft die diesjährige Fastenzeit. Sieben Wochen ohne Alleingänge sind eine Wahrnehmungszeit. Wen ermutige ich? Wen habe ich allein gelassen? Wer sucht mich? Wo werde ich gebraucht? Wo kann ich über meine engen Grenzen hinaussehen? Wem schicke ich ein Herz? Und wer wartet vergeblich auf mein Lächeln? Das Zurkunden ist keine spontane Eingebung, sondern bedeutet eine aufwendige Suche. Dazu müssen wir aufmerksam werden und wach. Unser Leben durchsuchen mit seinen Abwegen und Irrläufen, mit seinen Konflikten und Enttäuschungen. Durchaus auch einmal allein, doch Alleingänge haben die Gefahr des Tunnelblicks. Dann gibt es nur eine einzige Perspektive, nämlich die eigene. Deshalb will das Fastenlesebuch Ihnen ein Begleiter sein, in diesen sieben Wochen. Will Türen öffnen und anregen zum Dialog. Lassen Sie sich einladen, sich in den sieben Wochen der Fastenzeit auf die Suche zu begeben und sich umzusehen. Ich wünsche Ihnen Gewinn bei der Lektüre und segensreiche Erfahrungen in dieser Fastenzeit mit anderen. Ihr Ralf Meister Gelesen von Helge Heinold Aus dem Buch »Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge« erschienen in der Edition Chrismon Gelesen von Helge Heinold Aus dem Buch »Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingagen» Bestattung von Helge Heinold